Hallo und herzlich willkommen hier wieder zu einem neuen Let's Play. Wir sind wie in einem normalen, nicen Duo-Round mit dem sehr geehrten Herrn. Und jetzt evapen das die hier. Ein evapen zur Zeit in Bronze ist einfach mega geil, weil die einfach alle evapen können. Könnte man hier was reißen? Top-Lane? Weiß ich, wie weit der jetzt rauspushen? Ne, ne, der hier. Ich geh lieber zu meinem Blut. Ich halte meinen Gang so. Ja, soll ich kommen? Ich bin da. Bin da! Flash-Cue, oder? Ne, ne, wir machen was hier, aber wir versuchen uns ganz normales rauszuholen. Nein! Alter, was war denn das für die Cue? Die ist immer komplett ans Ende. Was ist denn am Ende der fucking Web-Gruß? Oh, wie schön. Schön. Ja, ja, alles gut. Der hat ganz kurzes Projekt. Nein, ganz kurzes Projekt. Warte. Das ist Morganas. Mann! Der spaßt, Alter. Der baitet mich. Geh da nicht so... Geh da nicht so... Geh da nicht so oft... Ne, ne, ja, ja. Ich geh lieber weg, Alter. Ich tu mir das nicht an. Ich hoffe... Ja, die bleibt da. Geh hoch. Soll ich schon den Watch haben. Alter, ich kann nicht... Ich kann... What the fu- Okay, sorry, sorry für den Fail. Ich hab alles gefailt. Ich hab alles gefailt. Are you fucking kidding me?! Oh, sorry für meinen Fail, aber... Nein! Okay, es hat mir nicht so viel geklacht. Oh, Alter, das wäre jetzt wirklich... Mann! What the... Ne, das macht so einfach kurz. Ja, das ist einfach so. Oh mein Gott. Fuck. Ich wär ja eh tot gewesen. Die stumpfen uns komplett zu Tode. Oh mein Gott. Es hält gar nichts aus. Ich kann eigentlich jetzt nicht mitmachen, Alter. Also ich kann einfach nicht mitfalten. Das ist ja... Ich mein Gott. Du ziehst raus. Das ist... Aber weh, aber weh. Aber weh, aber weh. Der ist da safe. Achtung, jetzt noch seine Scheißbomben. Oh, Scheiße. Lol! Lol! Wie sah das bitte aus? Nice. Yo, das Exhaust kam echt früh, Alter. Ich kann halt meinen Junkle auch nicht mehr machen, weil... Es ist übelst gefährlich. Der ist auch eine Borgara. Ich dachte halt, da steht noch mehr, aber... Mann, den Kill wollte ich mir eigentlich... Und dann... Nice! Boah! Oh, der Scheiß kriegt... Okay, es wird irgendwie... Ja... Oh... Oh mein Gott! Reiker holtet... Oh... Die raus... Ja, oder der will zu mir? Ja... Weil die spielen können, gerade. Vielleicht nicht, dass ich jetzt... Nice! Ah! Ist das lächerlich, wieso fokust dir niemand? Naja, das ist halt so, ne? Wir haben jetzt zwei Games aneinander gewonnen... Und dann hat man halt auch immer eins verloren... Tüttet jetzt schon mal, das war ein Game von meiner Probe... Oma, Junge... Ja, stimmt, meine war es jetzt schon, Alter. Fuck! Naja, würde ich sagen, ne? Nice 2-7 rausgeholt, da bin ich richtig stolz drauf. Naja, aber es war halt so ein Game, ne? Wo man halt irgendwie... Es ging halt nur darum, nur noch die Base zu defen. Und das... Das ist halt immer schwierig, Alter. Vor allem. Ja, mit dem Matchup, was wir im Gegner-Team... Einfach ein Pentacle. Jo... Vielleicht hat das ja die Leute gereizt. Naja, ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Woche wieder bei einem... Let's the League of Legends. Vielleicht diesmal besser, ne? Die Sim sollte vielleicht noch ein bisschen feilen. Ansonsten, ähm... Jo, bis dann! Haut rein! Ciao!